8 kills in folge leute 9 kills in folge na alter das war fast die 10er bomb wie kann das sein so leute herzlich willkommen hier auf meinem kanal zu einem weiteren video heute spielen wir mal warface kam so noch nicht auf meinem kanal und diese schöne lampe hier hinten die den hintergrund so schön blau beleuchtet ist wahrscheinlich gerade um die 50 grad heiß und brummt mein zimmer noch mal so auf eine gradzahl von ungefähr 80 grad auf dazu habe ich hier noch meinen schönen freund der hilft mir ein bisschen das ist ein bisschen erträglicher meinem zimmer ist krasser typ wir brauchen einen namen für den wir brauchen einen namen es gibt's domo das wissen wir wir brauchen einen namen für dieses teil hier oder das ist mein baby das brauchen wir für diesen sommer das ist mega wichtig für diesen sommer dass wir hier auch noch überleben in meinem zimmer mega wichtig mega wichtig und deshalb bin ich heute jetzt mal wirklich sehr gespannt ob das heute hier was wird mit mit warface und so ich weiß ich es kann ja noch nie auf meinem kanal das spiel ist ab 16 und ist ein ego shooter ein kostenloser ego shooter dass ihr dass ihr das hier schaut ist natürlich cool aber bitte seid auch sicher dass ihr das schauen dürft also fragt eure eltern und so ich habe ja auch wahrscheinlich vor dem video einen kleinen absprang gemacht dass dieses video nur ab 16 geeignete inhalte enthält ja heute team deathmatch schön schön ich bin jetzt mal wirklich gespannt ob wir was reißen oder nicht das werden wir gleich sehen viel spaß mit diesem video und abonniert wenn ihr es noch nicht getan habt und viel spaß mit dem video alter ist so heiß hier drin mann oh mein gott also wirklich jetzt ich würde mich aus dem fenster lehnen dass ich sagen würde in diesem zimmer ist es so 30 grad weil erstens mein pc ist an schon seit drei stunden zwei stunden ja ja genau das licht ist jetzt auch seit ungefähr einer stunde an meine softbox ist jetzt auch schon seit einer stunde an weil ich hier versuche geile runden für euch aufzunehmen aber jede runde total beschissen ist hoffentlich für diese runde etwas besser wünscht mir glück und ja wir spielen auf der map team deathmatch ich möchte nie mehr spielen alter egal ich nehme es einfach diese runde ja wir nehmen jetzt diese runde ist egal ob die scheiße oder nicht ist wir nehmen sie jetzt jetzt habe ich keinen bock mehr ohne spaß eliminiere let's go wir eliminieren jetzt abfahrt wo sind die leute abfahrt außerdem auch wir sind das team okay ich mag eigentlich das andere team lieber muss ich ehrlich zugeben erstes blut das ist schon mal sehr nice ein kill ist immer gut und da wurde direkt getötet perfekt das spiel ist schon mega scheiße ich trotzdem befinde ich mich gerade noch auf dem ersten platz was immer noch sehr nice ist oh gott jeder braucht glaube ich hilfe jetzt der wurde okay da kommen die ganze so oh ja okay gut schon wieder von dem gleichen typ wie gerade einfach holy shit warte wir schaffen wir reißen jetzt ja wir reißen jetzt richtig den riemen so kommt kommt leute ich warte auf euch zack okay ist hier was los oder wird nein schon wieder dreimal schon der gleiche typ wie kann das sein wie kann das sein oder dreimal der gleiche typ schon jetzt greifen wir aber an hier mit voller macht angriff granate lol habe ich ja gar nicht mitbekommen dass hier jemand einfach hockt und sich so denkt geil so wird hier jemand gleich kommen ok nice die roherschen hier einfach durch weil sie denken hier ist keiner perfekt da haben sie sich auf jeden fall alle getäuscht ach du scheiße weg aua 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 ok warte ich bleibe glaube ich lieber hier oh man lol jemand ist durch meine mine noch gelaufen perfekt ok da sind wohl noch welche ich muss da oben auch schauen dass der typ da nicht wieder kommt 6 kills let's go und da kommt wieder der typ mit seiner SRM aber egal leute 6 kills kann mir keiner mehr nehmen so 1 kill wieder ich glaube die runde wird was leute die runde wird doch was ich merke schon ich merke schon die wird gut die wird gut ja oh oh claymore gesetzt holy shit oh god aua 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 ich habe Angst ich habe Angst oh ok da kommt wieder einer mit seiner Mikke Ronny Ronny so wir sind noch zweiter Platz hier ist doch wer ich rieche doch was ich rieche doch hier was ja ich habe es gerochen so alte Leute wir rasieren ja jetzt gerade mega durch geile Runde oh oh aua oh nein der war ja so low aber der wird jetzt von wem anders getötet doch nicht perfekt dann machen wir einmal so du ich bekomme dich ich bekomme dich ich geh mal hier lang ist der immer noch da ich bekomme dich nein ich habe ihn wieder nicht bekommen wie kann das sein das war wieder so low der war so low wie kann das sein und griff so das haben wir da hinten ist noch wer warte ok den haben wir ein bisschen damage zumindest gemacht so oh hinter uns oh man warum beschützt uns da denn keiner hinter uns bitte kann mir das mal bitte jemand sagen ich bräuchte bitte einmal die Info danke let's go oh ja der beste der beste der beste oh meine die Position ist ja mal mega nice 8 Kills in Folge Leute 9 Kills in Folge ja alte das war fast die 10er Bomb wie kann das sein ich glaube ich habe ihn bekommen es war es wäre die es ist eigentlich eine 10er Bomb gewesen jetzt es ist jetzt eigentlich eine 10er Bomb gewesen oh ja ok da sind jetzt ordentlich viele oh ja bitte läuft einer durch meine Mine die sind da alle an meiner Mine gerade dran bitte das muss doch sein es kann doch nicht sein dass keiner durch meine Mine läuft irgendwer läuft jetzt durch meine Mine bitte bitte irgendwer Aua Perfekt 2 Kills man ich kriege den ersten nicht wie kann sowas sein wie kann das sein dass ich nicht den ersten bekomme so da eine Granate hin oh man oh man oh man oh man oh man okay 28 11er das ist eine gute Karte glaube ich oh man wie kann das sein dass ich so verkacke man wie kann das sein gerade verkacke ich wieder ein bisschen ich hab da einer ich hab wieder eine der Granate holy shit alter die sind ja manchmal so lost die Leute so hier eine Granate hin okay okay was hat er was hat sie holy shit beste Waffe Ivo West oder was oh mein Gott also die sind ja jetzt bei uns im Spawn Alter wir können jetzt nicht verkacken wir dürfen jetzt nicht oh er wollte mich wieder beleben upsie das kann nicht sein dass die jetzt gewinnen oder ja das kann nicht sein das kann doch nicht sie haben was ich hab mich selbst getötet wie kann das denn jetzt sein kommt Leute wir stehen ja wir stehen wieder vorne wir stehen wieder weiter vorne perfekt alter ich musste noch erster Platz wäre noch mega fett das sind 4 kills jetzt das sind 4 kills Unterschied die das jetzt ausmachen ein Hit Leute ein Hit okay dann okay okay dann sind 2 Leute jetzt wieder das heißt ich kann jetzt wieder mit einer Granate werfen oh ja da war wieder wer okay einen hab ich wieder okay 32 36 4 kills brauche ich noch zum ersten ich hab noch 2 Minuten Zeit komm ein schöner Granatenkill wär auch nochmal was leckeres was feines ja was oh das war so knapp okay oh Alter der hat 41 kills er belebt mich wieder so ein Ehrenmann so ein Ehrenmann okay schade schade ich muss ja nachladen sonst hätte ich ihn vielleicht sogar bekommen es könnte möglich sein Leute es ist im möglichen es ist im möglichen so knappe Sache aber wir bleiben auf jeden Fall auf dem zweiten Platz das steht fest aber jetzt müssen wir nur noch gewinnen jetzt müssen wir nur noch gewinnen nein 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 bitte 43 zu 43 44 zu 45 oh mein Gott ich glaube ich den 1 Punkt es ist jetzt so entscheidend es ist so entscheidend let's go Leute wir haben gewonnen es ist so warm aber jetzt geht es wieder jetzt geht es wieder Leute wir sind zweiter Platz wir haben hier gewonnen perfekt geile Runde das war eine richtig geile Runde holy shit beste Runde meines Lebens na gut es war geil es war geil kann man schon sagen das war schon eine leckere Sache Leute das war es aber von diesem Video hoffentlich hat es euch gefallen mir hat es Spaß gemacht habt noch einen schönen Tag haut rein ciao